So Leute, was ihr hier seht, Tribit Stormbox Pro, halt in Einzelteile schon zerlegt, gibt kein Seedown Video, diesmal, ja, aber ich muss auch sagen, das Teil ist sowas von verdammt schwer auseinander zu bauen und zusammengebaut kriegst du es jetzt erst recht nicht mehr. Die Passivpass Memoran, 4 Ohm hat der Hochtöner, 3 Ohm halt der Tieftöner, der Tieftöner ist echt geil, ich überlege, ob ich damit nochmal was mache, was anderes, ja, also wenn du in allem auseinander gebaut hast, kriegst du ihn nicht mehr zusammengebaut. Alter, ich hab locker anderthalb Stunden dafür gebraucht, also wer ihn auseinander baut, der braucht gar nicht mehr dran zu denken, ihn wieder zusammenzubauen, außer er ist wirklich professionell. Die Platine hier noch ein bisschen. Der Zapphofer ist aber echt geil, muss ich sagen. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Wie gesagt, das Seedown Video wird es nicht geben, aber mal schauen, was ich aus dem Zapphofer mache. Tschüss, bis zum nächsten Video. Der Zapphofer soll vorher sein, wenn du im Zapphofer machen willst, sonst ein zapphofer neues und wegezie zu verschwenden wolf irgendwann eine Zappa. Vielen Dank.